Aber kein wichtiges Gespräch jetzt. Warte, warte. Ja, komm runter. Den hier. Den hier? Kaputt schneiden. Achso. Danke. Okay, das war der falsche. Äh, zurück. Zurück. Ey, du Schneemann, weg da. Zurück. Ich sag dir weg. Dann... Den hier. Fort. Danke. Bitte. Dann kommen wir nämlich hier rein. Hm, die nächste. Ein Platinring. Sehr wertvoll. Da haben wir den Tor. Ach, zurück. Jo. Ice Kirby. Schneid den mal durch. Ist hier noch was? Hat jetzt nichts gebracht. Nö, war zu nix wesentliches. Das dürfte klar sein. Oh. Nein, nein. Ah. Ah. Ich war wieder zu schnell. Komm. Du auch ein Jojo? Oh ja, gib mir mal ein Jojo. Ich weiß, du aber keins mehr, oder? Wir müssen noch eins kommen. Ich bin nicht nach oben. Da ist noch, nee. Pass auf. Da wollen wir irgendwie rein. Jetzt kommt wohl der Gegenstand überhaupt. Der Gegenstand. Oh, er ist Triforce. 800.000 G. Ganon sucht es überall. Ja, hier ist es versteckt. Nein, mach das auch ohne Jojo. Okay. Ähm. Der dürfte helfen. Zack, zack, zack. Bomber Man. Hä? Ach. Sag mal, wie oft kommen eigentlich Hände in den Spielen vor? Warum? Das habe ich jetzt schon in, ähm, Hände, Hände, Hände. Zelda, Zelda, Zelda. Ach Gott, wie heißt das noch? Minish Cap? Nintendo drin und in Super Mario 64 Nintendo drin. Kann ich dich auch berühren, nein. Und, ja, hier ist Vorlage von der Meisterhand. Aus Smash Brothers. Ah. Also zumindest ist die sich sehr ähnlich. Na ja, der Regenschirm ist nützlich. Ja, das sage ich doch. Ich bin es falsch angegangen. Schlimm, wenn ich den jetzt alleine mache? Nein. Ist nur, dass ich den Schirm brauche. Nein, ich denke an meine Zeit. Welche Zeit? Der doch nicht unendlich ist. Die mir zur Verfügung steht hierfür. Ach, schaffen wir schon. Nein. Nein. Na klar. Nein, ich bin eine Zigarette machen. Jetzt wird's eng. Oh, 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 oh. Sehr eng. Mann. Sehr eng. Du bist platt. Sag nicht sowas. Hoffe, das war nicht falsch. Ich will den hier. Okay. Die Bomben hauen rein. Ich weiß ja, wie es funktioniert. Sag, ich bleib getroffen. Ach, der ist doch nicht schwer. Komm. Dreifache. Aua. Mir auch. Und... Äh, von oben. Nein. Danke. Bitte. Ich war so schnell, es ging. Das geht. Ja, du kannst die Hand immer treffen. Ja, auch wenn sie zerbröckelt. Autsch. Komm, der Schatten war. Eintreffer noch. Ja. Gut. War es jetzt der letzte Entwurf? Nee, ne? Wer weiß. Ich glaub nicht. Sieht mir nicht nach Ende aus. Steig ein. Ich bin drin. Fahr uns davon. Mit aller Geschwindigkeit, die wir haben. Ja. Ja, hör mal hier. Da wirst du völlig in den Sitz reingepresst bei der Beschleunigung. Jetzt kommt der spannendste Teil. Wir fahren auf Zug. Und nochmal. Bam, 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 bam. Aber soll ich dir was sagen? Was denn? Kennst du dieses Ort hier? Nein. Wenn wir da rechts weiter gingen, hätten wir eine Tür. Aha. Guck, waren wir hier schon mal? Waren wir schon mal? So, ganz am Anfang vielleicht? Ach so. Mein Gedächtnis, weißt du? So, und hier sehen wir halt, was wir alles gefunden haben. Oh. Doch, durch. Hätte ich nicht gedacht. Das sah mir nicht so nach endgültigem Endboss aus. Nicht? Nee, irgendwie nicht. Warum? So ein Ender stelle ich mir mal spektakulärer vor. Mit Text noch ein bisschen. Ach so. Es hat einfach nur auf einem Tochteren Boss auf. Dann ist er tot und fertig. Ja, aber Deiner Blade hatte keinen Text. Ja. DDD auch nicht. Aber schön, schön. Lustiges Spiel. Auf jeden Fall. Wir sind ein bisschen oft gestorben. Du darfst das aber. Ja, nur du nicht. Aber im Grunde, wir haben uns eigentlich recht gut geschlagen, würde ich mal sagen. Relativ. Normal. Normal. Ein Dude. Was soll das eigentlich sein? Weiß ich nicht. Das Einhornhorn. Die Maske von Tut Elch Amun. Und dieses Rüstungsbild. Das kommt mir bekannt vor. Mir nicht. Ähm. Super Ghouls and Ghosts. Ah. Da her. Da ist die her. Also meiner Ansicht nach. Kann schon gut sein. Wenn du dir das noch gesagt hast, werden mich in den Kommentaren auftauchen davon. Ich hoffe es doch. Ja. Mein paar sind doch recht rätselhaft. Da die Muschel zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Das ist klar. Ja, ja. Ja, also das Trieb vor sieben Stück fehlen. Na gut. Kann man verschmerzen? Ja, doch, doch. Kann man. Kann man. Und? Und? Da schalten wir das nächste Fall. Milky Way Wishes. Das ist nicht für dich, ne? Nein, das weiss ich.